Vielen Dank. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe sind. Genau, endlich ist es so weit. Was fühlen Sie? Ich fühle gut. Ich fühle gut. Ich denke, endlich habe ich erreicht, worauf ich viele Jahre gelaufen habe. Ich kann sich hier wegen des Vorwurfs des Mordes in drei Fällen verantworten. Er soll Angehöriger eines SS-Sonderkommandos in den Niederlanden gewesen sein und dabei im Jahr 1944 drei niederländische Staatsbürger erschossen haben, jeweils mit einem Mittäter. Vielen Dank.